Ich bin nicht im Dritten und geh mit allem hin, aber schaut man hinter die Kulisse, dann fängt es immer so an, ich schlafe immer zu lang, krieg's nicht hin und für mich deshalb beschissen. Ich erkenne mich in den Schausgang zu schreiben, entdecke nichts, was mir gefällt. Ich brauch die schönsten Kleider und die stärksten Männer und eine Hand, die meine Hand für immer hält. Wovon sollen wir träumen? So wie wir sind, so wie wir sind, so wie wir sind. Woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt? So wie wir sind. Ich fühl mich leer und die Nacht liegt schwer, so schwer auf meinen Schultern. All die Hoffnung, die war jetzt schon lange nicht mehr da, so niedern in der Nacht einvertrag. Ich hab gesucht und gesucht in den hintersten Ecken nach Augen, die mich infizieren. Noch nie hat es geklappt, doch ich mach's nicht kapieren. Wovon sollen wir träumen? So wie wir sind, so wie wir sind, so wie wir sind. Woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt? So wie wir sind. Wir laufen und treiben durch die Kluft der Stadt, durch blende Hände und wir werden nicht satt. Wir waren dann auch bei jemand anderem geliebt, von denen wir dachten, dass wir nicht viel verlassen. Wir können nicht mehr atmen und vergessen zu essen. Wir trinken zu viel, es bleibt ein Spiel ohne Ziel. Wann hört das auf? Wann kommen wir hier raus? Wovon sollen wir träumen? Wir sind zu Haus. Wo sind wir zu Haus? Wovon sollen wir träumen? So wie wir sind, so wie wir sind, so wie wir sind. Woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt? So wie wir sind. Wir lassen uns treiben, durch die Kluft der Stadt, durch blende Hände und wir werden nicht satt. Wir warten dann auch bei jemand anderem geliebt, von dem wir dachten, dass wir nicht viel verlassen. Wovon sollen wir träumen? Dankeschön, ich hoffe, euch gefällt meine Version ein wenig. Tschüss.